Mein Name ist Joachim Niederprim. Ich bin Manager für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung und Prozessmanagement. Hier im Werk Merzig produzieren wir im Bereich Shining Lifestyle hauptsächlich Flachware, also Teller, Untertassen, Suppenteller. Zusätzlich wird hier auch noch dekoriert, das heißt wir haben verschiedene Dekorationsverfahren. In Summe sind wir so um die 240 Mitarbeiter hier im Standort in der Produktion, die die Produktion hier am Laufen halten. Wir schauen uns jedes Teil an, das unseren Produktionsprozess verlässt und das wird nach festgelegten Qualitätskriterien bewertet und dann eben entsprechend eingeteilt in erste Wahl, zweite Wahl, Bruch. Oder es gibt eine Möglichkeit, bestimmte Fehler nachzuarbeiten, das heißt die werden dann nochmal nachgearbeitet und dann nochmal gepannt und nochmal sortiert. Zwischendurch machen wir im Prozess auch Stichprobenkontrollen, einfach um sicherzustellen, dass nur gute Ware durch den Prozess läuft. Das ist auch ein Thema Nachhaltigkeit. Da können wir halt frühzeitig im Prozess schon reagieren. Wenn da schlechte Ware entsteht, können wir die Ware noch nutzen, das heißt die aussortierten hohen Teller werden gesammelt. Die gehen dann nochmal zum Lieferanten, können nochmal aufbereitet werden und können dann als Recyclinggranulat auch nochmal verwendet werden. Das andere Thema ist, dass wir die Öfen wirklich optimal auslasten wollen, um da keine Energie zu verschwenden oder unnötig zu verwenden. Ansonsten versuchen wir natürlich die Rohstoffe so schonend wie möglich einzusetzen. Also das Thema Nachhaltigkeit treibt uns hier schon sehr um. Also das Schöne an meiner jetzigen Stelle ist einfach, dass es keinen normalen Arbeitsalltag gibt. Es sind viele verschiedene Themen, die wirklich Spaß machen und den Tag hier auch sehr abwechslungsreich. Was mich hier wirklich sehr begeistert, ist die ganze Arbeit am Produkt. Wenn man durch die Produktion läuft und einen Teller in die Hand nimmt, einen Teller prüft, sieht, was wir alles Tolles herstellen hier. Sei es dekoriert, sei es weiß, die verschiedenen Formen, den gesamten Prozess, das ist einfach schön. Einfach schön.